die Leute wir haben zu einem kleinen Info Video genau und es geht um mich die Klettern und um den XXI Marco XX oder auch den Marco wie ihn kennt in meinem Video und zwar ist Donnachtag äh der 7. Juni morgen ist Freitag der 8. Juni ich bin dann in Urlaub das heißt Wochenende bin ich weg ähm aber ich lade die Videos jetzt schon hoch ich stelle hier auch privat und dann Marco äh der leider jetzt nicht dabei sein konnte da äh sein Internet um diese Zeit lang wenn man abkackt ja das ist halt nicht dabei er wird die Videos dann freischalten so dass ihr die dann gucken könnt er wird die gegen 18 Uhr freischalten das seht ihr da unten noch 18 Uhr und das heißt aber dass ihr gegen 18 Uhr das sind zehn nach acht Prozent zehn nach sechs und zehn nach 16 Uhr Moment jetzt verreden zehn nach 18 Uhr oder zehn nach sechs auf mein Kanal vorbeischaut weil dann könnten wie das freigeschaltet sein wenn die freigeschaltet werden nämlich äh dann kommen nicht mehr in die Abo-Box von euch weil die hat schon vorher hochgeladen das heißt ihr müsst auf mein Kanal einmal vorbeischauen und dann seht ihr den neuen Part von dann das ist verraten ich verrate es nicht ihr könnt ihr selber selber an was da kommt was da nicht kommt und Prozent das machen wir es nicht hinkriegt er wird mich telefonisch kontaktieren dann dann werde ich ihnen das nochmal erklären wir es machen sollen und so und äh ich möchte einfach viel Spaß das Wochenende über weiter nicht zu viel sauf nicht zu viel das war es euch Herr Tom ich bin raus und Ciao Bye Bye und das Lied ist natürlich in der Videobeschreibung unten Tschüss